Was ist denn mit dir? Hast du keine Lust, oder was? Eigentlich spart wahrscheinlich zu hoch aus So kriege ich ein bisschen hochgelevelt Da werden die Munitionen, das ist gut, da brauche ich keine Herstellung, das ist schön Sag dich mal ein Durch diese hohe Kasse muss er kommen, oder wie? Ich habe keine Ahnung wo ich lang muss Ich habe keinen Plan Warte mal, hier gebe ich mal was zu manchen, dir auch? Mir natürlich auch, so Na gut, ich schwimme jetzt einfach mal rüber Ich bin jetzt nicht wegen Rohstoffen hier rein Ja, hätte man machen können, aber in erster Linie nur zu erkunden und mal die Gegner zu sehen Ach du Scheiße Ja 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 Das sieht irgendwie ungesund aus Ich würde mal gerne hier durchgehen, danke Ich kann mal den ja fangen, mal schauen Aber Aber So Jetzt gehe ich erstmal ein Stückchen rein hier Ja Was habe ich noch an Sphären da? Eine grüne Okay Das fand er jetzt nicht so lustig Ja Ja Na Sniper Ja Na Sniper besiegt Und eingefangen Cool Ja Ja Na Sniper Super Es geht langsam bergauf Schön Ich freue mich drüber Ich werde trotzdem mal noch hier den mit rausnehmen Da blitzen noch ein paar Pilzchen auf, die nehmen wir noch mit Ja Ja Langsam kommen wir dahin, wo es wirklich Spaß macht Wo auch die Was sind das da hinten? Muss ich da noch mal reingucken Wo die Pilz dann auch Schaden machen Darfst du nicht Angst haben Ach der ist nur die Latane Äh Du hast Angst haben, muss die sterben, wenn du zorausschickst Ne Das ist Langsam kommt man dahin, wenn das so ein bisschen funktioniert Warte, den nehmen wir mal wieder mit rein Ein Flys Amulett Ah, cool Ne Kein Platz mehr denn nun da Ich habe es mir schon gedacht Äh Was könnten wir da jetzt machen? So Das in so ein Ach du großes Loch Scheiße Entschuldigung Mal schlaue Techniker ein Buch Das tun wir gleich noch mit benutzen Fertigende aus Oh, 16 Punkte Na, jetzt können wir ja mal Ich stehe einmal so günstig hier drinnen rum Da können wir gleich mal gucken Ähm Pflanztopf Äh Nein, das bin ich Ich weiß auch nicht Ah, jo Das könnte man mal lernen Ja, bitte Oh, Sitzungen nicht erfüllt Ja, ist mir klar So Jetzt Dann haben wir den Ja Auf jeden Fall Oh, sag mal hier Das ist der Strom Der Generator Ich war hier jetzt Strom in der Gruppe Achso Okay Eine Stehlampe Mhm Wir kommen in die Neuzeit Die stationäre Armbrust Ähm Ja 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 Warum nicht Was soll man hier Ältere Systeme Die Metallrüstung Natürlich Weil es mir in die Kälte in die Bede gehen Weil es wäre ein Fließbein Fließbein Damit läuft die Produktion von der Reis wäre noch klar Okay Ach, haben wir noch Die Deckenlampe mhm, sehe ich jetzt nicht so die Deckenlampe, ganz ehrlich nicht, ne, bestimmt nicht ja, es ist viel Deko-Kramzeug, es ist wirklich, ja, haben wir ja hier noch die Zweier mitgenommen und, was können wir noch machen Neuerpfeiler, Armbus, aha, ok Wann heißen, ok, warum auch nicht, lassen wir ja mal das große mitnehmen ähm Holztor, warte mal was, ja wenn wir jetzt Mauern bauen wollen, dann wäre das vielleicht gar nicht mal so verkehrt Zwei hätten wir noch, einmal hier und Ich würde dann ja schon lieber mehr auf die Waffen gehen, an sich selbst Und wie ziese, dein Ernst Okay, dann rein in den Spaß So, ich würde sagen, wir reißen jetzt noch, da liegt noch eine Sphäre Reißen und grüne sogar Ich guck mal jetzt, wo ist eigentlich Da müsste ich runter Und das wäre der Zuge, das wäre der nächste Endboss, der nächste Boss Ich muss genau in die Richtung erstmal wieder Ja, das ist so ziemlich Ja, das ist so ziemlich Ja, da ist die Muku Die lassen wir jetzt Muku sein Die Wörfer, lassen wir auch in Ruhe Die Wörfer, lassen wir auch in Ruhe Der meint nicht mich, oder? ein bisschen zu haus reden sich nur nach hause ich kenne mich wieder drauf Ich habe eine ganze Geschichte. ja gut das einsammeln hat sich gerade erledigt ganz erfolgreich warte mal ich ganze Klimbimzeuge noch einsammeln wenn ich noch ein bisschen platz habe aber noch eine Megasphäre eine Muku ah was hat man hier Uschi Level 23 naja das wird wahrscheinlich der nächste werden dann beziehungsweise der Level 17 hat er mir erstmal ein bisschen lieber gut ähm jetzt nach Hause noch schnell ein Bett gebaut für die Säure das ist eine Pfahl und dann schauen wir mal was so klappt wie ich mir das vorgestellt habe das heißt die meisten das Brot erstmal hier rein hier sieht es hier aus wie im Kindergarten das nehme ich lieber mal raus das nehme ich auch lieber mal raus das brauchen wir wollen jetzt nochmal rein wollen so jetzt brauchen wir noch schnell so ein Pfahlbettchen ich weiß langsam nicht mehr wohin damit du ich weiß nicht mehr ein paar Pfahlbett brauchen wir ein paar Pfahlbett das sind immer ja nicht so Das dauert nur ein kleines bisschen länger, ist aber nicht so schlimm, machen wir halt Die sehen irgendwie schöner aus Da müssen wir hier umrüsten, umbauen So, jetzt würde ich mal schauen, jetzt gucken wir mal Wir haben jetzt so ein Flauschi mitgebracht Halt, zurück Äh, Kuh Das sind 16er, das ist auch ein 16er, ist mir wurscht Den da rein Dann lassen wir mal kurz machen Halt Da könnte man eigentlich 1,2 preisen, ist mal Da kosten mich die Dinger eigentlich, die flauschigen Nägel, na gut, Nägel ist nicht so erhöht, muss ja die Eisen machen Zucker, warte Echt, Zucker, warte, ich fass es nicht So, und wenn man die jetzt hier reingeben Zehnmal Zucker, warte Schon hast du das Problem mit Nahrung gelöst Ich nehme mal das Fleisch raus, das Ei Und lass mal das Brot Ich will da mal was ausprobieren Moment, und zwar E Ne, E war das Zutaten raus Und jetzt, Zucker, warte, wieder Ne, äh, muss ich also doch Zutaten anlassen Das haben sie wirklich blöd gemacht Na gut, kann man nicht ändern Ja gut Ja gut Ich laufe mal durch, hier, wolle ja Okay Wollen wir das Brot auch für Sandhaus verwenden Wollen wir das Brot auch für Sandhaus verwenden Sehr schön Wollen wir das schon dann? Aha, cool Natürlich optimal, wenn das gleich reingeladet wird Natürlich optimal, wenn das gleich reingeladet wird Ja, die Eisen waren zu schwer, ich verstehe deinen Schmerz Wollen wir hier rüber Wollen wir hier rüber Ähm, ja gut, ne, wir können das, können wir machen Achso, ich wollte sehen, ob ich mal was loswerden kann Hier Das kann nicht loswerden, das kann nicht loswerden Das 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 auch Das geht auch noch rein Das geht rein Das geht rein Pahalöl Das habe ich woanders wieder liegen, traurig Ähm Ähm Noch ein Ja Mit schon so drinnen Munition rein damit Was ist denn das eigentlich? Eine seltene Kralle Aha Schön Für die Kralle Das kann ich mal gucken, ob ich das will Ich will mal gucken, ob ich das will Ich will noch für Steine einstecken, die packen wir hier rein Das packen wir hier rein Sehr gut Sehr gut Ja, wie gesagt, das hat jetzt richtig Spaß gemacht, nachdem es so ein bisschen gelaufen ist Das ist einfach mal ein bisschen hulbrig, aber ja, ist halt so Wir werden hier mal Zäune bauen, das bisschen abgrenzen Ein bisschen außerhalb, mal schauen Jetzt will ich das wieder wollen Jetzt will ich nochmal nach der Wenn ich jetzt hier nur Wolle aufsammeln, dann müsste das andere ja schon mal rein wandern Mhm So Sehr ruhig, Herr Pferd Okay Ich glaube, um das Brot komme ich nicht drum herum Aber wenn die was Süßes haben wollen, wir packen es hier einfach mit rein und fertig und gut ist Dann soll es so sein So, jetzt gucke ich mir den Alpha nochmal an, mal schauen, ob ich den noch finde Und dann haben wir die Stunde rum, dann können wir hier was zwei daraus machen Ja, mal schauen Vielleicht mache ich es auch so, dass ich zwei Teile draus mache Noch nicht verkehrt Ähm, den Alpha Dann wollte ich mir nehmen Zwei Alpha Zwei Alpha Zwei Alpha Zwei 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 würde jetzt ja macht jemand mal ganz gerne gucken ach den wollte ich ja genau das sollte ja ja richtig moment da war doch noch was mit der drachen kanone das machen wir jetzt noch ich mache dann einfach zwei folgen raus habe ich jetzt gerade geschlossen so nein jetzt muss ich den richtigen genau das wäre das das gucke ich noch mal wegen der armen brust muss das ist die normale was brauchten die angriff 364 und die macht angehoben der sauf hier 100 holz ist okay 80 mal stein ist auch okay zehn nägeln das geht aber doch noch ich meine gute seien sich das ein bisschen in der woher habe ich auch die antigen bauteile haben wir auch die zwei stück die nägel müssten wir herstellen die metall also das metall und die nägel fehlen ansonsten könnten wir die bauen jetzt werden wir das nächste mal in angriff mitnehmen dann in dem sinne bedanke ich mich fürs zuschauen fürs dabei sein ich würde mich freuen über kommentare anregungen informationen einfach einschreiben nicht wissen jetzt gerne durch reagieren auch gerne drauf ansonsten würde ich mich freuen dass siehst du mir dabei seid immer wieder mal eine runde ball wird spielen oder was anderes schaut einfach mal durch was euch gefällt auf dem kanal in dem sinne bleibt gesund und mir gewogen bis zum nächsten mal was wollen jetzt eigentlich noch ganz kurz kugeln irgendwas was Was machen wir jetzt hier?